Ja moin, willkommen zurück zu Black Geysir. 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 Warriors of Darkness. Willkommen zurück. Wir sind auf der dritten Etage. In der dritten Etage. Wie auch immer. Und ich glaube, das ist die letzte. Schank wird Ruflodak. Okay. Du bist alleine. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. Äh, okay. Ups. Alter, nein! Geh doch weg! Ja, der Typ ist anscheinend ein bisschen ekelhaft. Äh. Machen wir hier einen Feuerball rein. Geh. Du auch. Oh nein. Okay. Ich glaube, den haben wir jetzt. Warum geht der jetzt auf einmal da rum, Alters? Okay. Speichern. Okay. Alter. Nehmen wir hier Kugeln. Basia-Stacheln. Verwundet zufügen. Rüsten wir mal aus. Mal gucken, was das so macht. Oh Gott. Okay. Der hatte irgendwie nichts krasses. Jetzt. Wir können wieder. Okay. Mandant Dorian. Warum nicht? Ich gehe, woher ich gebrauche bin. er sieht aus wie ein big boy der zuhaut das heißt unerträgliche hitze ist hoffentlich weil er schwer gepanzert ist was ist das keine ahnung ich taunt ihn mal bitte er wird ihn strahlen warum gehst du jetzt auf einmal darum hast du keine munition mehr oder was wow keine munition hier einmal diesen strahl noch mal den strahl nichts macht irgendwie das gefühl keiner macht schaden außer also unser tank hüftgürtel der macht das zehn prozent zu anführen maximal gesundheit körperliche verfassung chance feinde im umkreis von zehn metern zu verhöhnen ja ja auch den haben wir schon ring der abscheulichen stärke plus 25 prozent zu hieb und schlagresistenz und dann minus 50 prozent warum nicht einfach minus 25 prozent gar keinen sinn hmm point the way weird ich hab das gefühl wir müssen in die mitte das ist wahrscheinlich der riss der schwarze geysir meine ich wenn wir machen und betreten des schwarzen geys braucht ihr einen wächter stein okay scheiße also müssen wir doch da rein großmeister argos agilas ein eindringling und das in unserem allerheiligsten das muss heißen dass tyrin und die anderen weiter unten tot sind wie unglücklich ihr müsst jemand von bedeutung sein wenn ihr es bis hier bis hier hinauf geschafft habt wer seid ihr was wollt ihr bin hierher gekommen weil ich einer meiner bestimmung gefolgt bin ich will eurem orden meine treue schwören ich bin auf der suche nach rotgore ist er zu hause ich kann mich nicht daran erinnern wann ich zuletzt jemandem mit einem sinnvoller humor begegnet bin das fehlt mir wirklich zu schade dass ich euch jetzt loswerden muss nein 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 oh nein 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 neinaj meinst du dich? genau nicht Das sind Bogenschützen. Okay, links sind Bogenschützen. Okay, dann ballere ich da mal eine Inferno-Welle rein. Ach, scheiße. Okay, die sind aber tot. War trotzdem ein bisschen dumm. Das Grabgeschwinds gekillt habe. Und dafür gesorgt hat, dass es uns aggroht. Okay, wir müssen die kleinen Viecher typisch erstmal töten. Dann machen wir aber einen Kettenblitz. Bitte. Ich. Ja, du lässt dich mal bitte heilen. Und. Ich schwörst, Skelette, komm. Au. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Doch, wir sind tot. Natürlich. Das ist, ich weiß nicht, ob ich so blöd bin, das mitzukriegen. So oft nicht mit, wenn unsere Zauberer angegriffen werden. So. So, die da oben ballern wir wieder mit nem Dings weg. Na, äh, wo ist es? So. Du brauchst hier mal ein Gruft-Skelett hin. Mantel des Schreckens auf den. So, ähm. Kettenblitz. Ich schwöre es noch Skelette. Ja, er ist mit Skeletten beschäftigt, sehr gut. Und heilen am besten direkt. Alter. Ja, hier haben wir einen Feuerball rein. Wenn wir Glück haben, treffen wir nur Gegner. Ja, 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 ja. Yes. Okay. Sieht bis jetzt gut aus. Wir beschwören noch mal Skelette. Geben im Fieber. Heilen uns. Also. Raus da. Natürlich. das nervig die ganze gruppe irgendwie ausgewählt wird ja nicht kein feuerball ja ich will ihn weg haben nein nein Nein, geht doch nicht. Alter. Den Tüten da killen, bitte. Mann. Danke. Boah. Ich schwör gleich noch mal Skelette. Aber jetzt? Ah, nee, keine Bogenschütze, sondern normale. Hm. Ich glaube, ich sollte... Boah. Nein, warum? Okay, ja, ich hab doch gesagt. Uuh. Oh. Holy shit. Weg. Halskette. Die Zauberin. Gewährt Gundemunds frostige Fingerspitzen. Gewährt Schnee. Eins zur Übernatürlichkeit. Was ist das? Die Weltgeist hat schon eins zur Konzentration. Oh, das ist wie... Ready to serve. Okay. Anführen. Kriegst du halt jetzt noch große Klingen, weil... Pfff. Mehr kann ich ja nicht. Einmal mehr taunten, bitte. Okay. Ja. Äh. Einmal noch... Nee, ich würde einmal noch mal Raserei nehmen. So. Puh. Noch nicht... Jala ist... War noch nicht ganz fertig. Oh, unsere Gruppe ist aufgestiegen. Äh, ja. Oh. Äh. Okay. Mach nochmal ein Heart Save. Dann geht's rein. Äh, okay. Äh, die sieht jetzt nicht so nett aus, hä? So, Nilsa. Mein Tod ist nahe, Sasari. Ich spüre es in meinen Knochen. Sollte ich später nicht mehr die Gelegenheit dazu bekommen. Ich danke euch. Denke, ich bin in der Lage, euch bei eurer derzeitigen Aufgabe zu helfen. Ja, ich rede von Gerdra. Allerdings müsst ihr mir dafür auch weiterhin dienen. Sie kann uns helfen, wenn wir ihr weiterhin dienen. Okay. Hier. Sie meinen an, die Göttin der Gier. Ich werde nichts zu tun, als wäre ich überrascht. Ihr wisst bereits um das Bündnis zwischen mir und dem Teufelsgott Bescheid. Sonst wärt ihr nicht hier. Meine Macht wächst immer weiter, während Rotgors kaum mehr als ein Schimmer ist. Da ich dieses Relikt eines Gottlings nicht länger benötige, habe ich vor, den Eid zu brechen und ihn zu hintergehen. Oh, okay, cool. Wenn ihr klug seid, verschreibt ihr euch mir von Neuem. Eure Mühen werden nicht unbelohnt bleiben. Ach. Wir hatten doch einmal diese Begegnung vor den Toren von Isilbrite. Da hat uns jemand irgendwas angeboten, wenn wir jemandem dienen. War das dann... Es war sie gemeint. Und wir haben es ja angenommen. Komm, wir nehmen es auch mal an. Wir sind ja gierig. Ja, hätte ich gewusst, mit wem ich es zu tun habe, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Geil. Komm, wir helfen ihr weiter. Wir nehmen das wahrscheinlich schlechte Ende. Mal gucken. Äh, also ich glaube nicht, dass das hier das Ende ist, aber ne. Äh, Göttin, seht mich als euren Diener. Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ja, ich habe euer Tun seit unserer Abmachung genau verfolgt. Sasari. Und ihr enttäuscht mich nicht. Kein anderer Verbünder da hat sich allzu vertrauenswürdig herausgestellt wie ihr. Die hauen ab? Okay, das ist so eine Kacke. Ja, gut. Das meine ich natürlich nicht. Gut, aber es ist schon lustig, dass man das machen kann. Leider, äh, mir entscheidend die falschen Begleiter dafür mit. Schade, schade. Ähm, okay. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich gegen die kämpfen müssen. Schauen wir mal. Ähm, weil ich ja mich anders entscheide. Deswegen, äh, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.